Hey, das ist blond! Das ist blond! Hi people, ich bin's! Mike, euer Amstelvo-Stylist! People, welcome back to my channel! Oh people, welcome, welcome back. We have Akin over here. Doesn't he look cute like Brian Tanaka and I look like Mariah Carey? That's not the point. Also, die Geschichte ist so. Du bist vorgestern angekommen und dein Post-Quarantäne-Haarschnitt gefällt dir nicht. Und du dachtest, du wolltest eine Glatze machen. Und dann hab ich gesagt, lass mal färben und dann können wir Glatze machen. Und ein paar Stunden danach wollte er nicht mehr Glatze. Deswegen bleiben wir bei nur färben. Bist du bereit? Nein. Nein? Okay, wir machen... Was wollten wir machen? Ich wollte eigentlich so hell wie möglich einfach blondieren und ungefähr so wie ich so ein bisschen. Dann sind wir Matching. Ja. Und weil viele von euch die Farbtheorie vom letzten Video sehr gefallen hat, würde ich das jetzt immer inkluden in alle Hair-Videos, damit ich so ein bisschen Professor Mikey spiele. Und hier haben wir unseren Farbkreis. Ja, ich hab immer noch keinen Stift gekauft. Das wurde immer noch mit Eyeliner gemacht. I will upgrade my stationery. Aber hier ist unser Farbkreis. Hier ist so ein paar Details. Hier ist AL. Anfangs Level ist 1. Akin ist ungefähr eine 2. Aber ich formuliere immer eine Stufe dunkler. Dann bin ich immer sicherer. So. Das heißt, Anfangs Level ist eine 1. Und mein Ziel Level ist eine 10 oder eine 9. Das kann ich nicht so wissen bei so viel Aufhellungslevel. Und man weiß auch nicht, wie gut sich die Haare aufhellen lassen. Werden wir ja sehen. Und Underlying Pigment, also das Pigment, was wir bekämpfen müssen bei Stufe 9 und bei Stufe 10, ist beides gelb. 9 ist ja das Äußere von der Banane und 10 ist ja das Innere von der Banane. Wir machen noch einen Haar-Workshop-Video. Sowas wird bestimmt eine Stunde, eineinhalb Stunden oder zwei Stunden dauern. Das muss ich sehr, sehr professionell machen und sehr zusammengefasst. Für die Leute, die sich für sowas interessieren, das wird zukünftig kommen. Ich habe sehr viel Bock. Und dann machen wir Masterclass mit Mikey. So. Aber es geht nicht darum. So. Was ist der Plan heute? Wir müssen Akin von seiner Level 2, aka Level 1, all the way to a Level 9 oder Level 10. Das heißt, wir liften ihn 8 bis zu 9 Stufen. Wir haben zwei Möglichkeiten, wie wir das hinkriegen. Einmal eine isolierte Blondierung, die manchmal 9 Levels aufhellen können. Ich hatte das schon mal, wo ich eine Asiatin mit schwarzen Haaren einfoliert habe. In einem Schritt ist die Platin-Blond geworden. Das ist schon mal passiert. Aber das passiert nicht immer. Und bei Männern ist es so, ich formuliere anders als bei Frauen. Weil, ihr wisst ja, wenn ich Mädels die Haare färbe, ich mache immer sehr weniges Oxidant. Und dann arbeite ich mehr Maß und blondiere mehr Maß, damit es so sanft und damit es so sanft wie möglich ist. Der Grund ist, Mädels, die Haare bleiben länger und bei Jungs schneidet man die weg. Deswegen müssen die nicht so lange überleben und man kann halt praktischer arbeiten. Das gesagt zu haben, trotzdem will ich nicht mit 9% arbeiten. So, hier ist ein bisschen zur Blondiertheorie. Ich spreche mal ein paar Sachen an, aber wir werden es zukünftig besser besprechen. Von einer 6 auf eine 10 sind vier Stufen. Was ich meistens da mache, ist, ich benutze einen High Lift und nicht mehr Blondierung. Und wir kriegen es schon auf eine 10, aber das ist ein anderes Gespräch. Wenn du eine 5 bist und du musst auf eine 10, dann benutze ich 1,5% Oxidant mit meiner Blondierung. Wenn ich eine 4 bin und will auf eine 10, dann benutze ich 3% Blondierung. Bitte erinnert euch, das ist in Referenz zu isolierte Blondierung. Das heißt Blondierung in Folien. Offene Blondierungen können nur 2,5 Stufen aufhellen. Die sind sanfter, aber dauern länger. So, aber bei Männerhaaren mache ich meistens isolierte Blondierungen. Wenn du eine 3 bist zu einer 10, dann kannst du es mit 4% machen. Zu 4,5% in die Richtung. Von einer 2 auf eine 10, dann benutzen wir 6%. Von einer 1 auf eine 10 heißt es nicht, wir benutzen 9%. Nein. Weil, ähm, you do not use 9%. Natürlich, wie ihr sehen in meinen Videos, ich hatte schon mal Leute mit 4 mal blondiert. Ich hatte Leute mit 3 mal blondiert, 2 mal blondiert, 1 mal blondiert. Das sind alles verschiedene Sachen, die ich mache. Ich werde es zukünftig in einem Video nochmal erklären, aber das ist was anderes. It's my first time, Mikey. Your first time? Am I taking your virginity? Oh my God, I love it. Ihr wisst, bei Männerhaare klatsche ich einfach drauf. Okay. Und zwar richtig aufgepumpt und danach kommt Duschkopf drauf. Also, Duschkopf? Nein. Ich hab keine Ahnung. Badehaube. Badehaube. Dusch, Duschhaube. Wir fangen an. Okay. Du, du, Dusch. Ey Leute, ich hab einfach... Kappe? Du meinst Kappe, oder? Ne, dann eine Duschhaube. Okay, I don't know. Ist egal. Also es ist drauf, ne? Echt? Ja, es fängt jetzt an. Du blondierst jetzt. Ich werde blond? Hey, kriege ich da einen deutschen Pass eigentlich so? Als Schwarzkopf ist so schwierig, oder? Ja, ist so? Hast du nicht einen deutschen Pass? Doch. Achso. Aber ich mein, hätte ich keinen, dann hätte ich jetzt einen bekommen wahrscheinlich. Safe, safe. Wo ist denn meine abgegradeten Handschuhe? Weil ich meine Handschuhe nicht finden kann. Ich bin aber auch der einzige Mensch, der Handschuhe irgendwie verliert. No, I don't want that. Was ist das? I brought mine on here. Okay. I'm not touching anything. Oh, das sind deine Upgrades. Ja, die sind richtig geupgradet, oder? Huh. Da hab ich dich Angst vor. Irgendwie fühlt sich das an. Erzähl den Zuschauern deiner... Bisher fühl ich gar nichts. Okay. Auch nicht am Ansatz. Also nichts. An der Kopfhaut ist noch nichts draufgegangen. Das ist auch sehr gut. Achso. Ich vermeide übrigens den Ansatz, Leute. Ich pack das später drauf. Ist das gut? Ne, der Ansatz blondiert ja ganz schnell und deswegen vermeidet man den erstmal. Achso. Du machst das gut, oder? Klar. Ja? So ein bisschen... Das ist aber nicht dein erstes Mal, oder? Haare färben? Nein. Kannst du das? Ich kann das. Keine Sorgen. Du kannst die Zuschauer fragen. Kann du das? Die kannst bestätigen. Kann ich Haare färben, Leute? Schreib's in den Kommentaren. Aber irgendwie... Du hättest vorher fragen sollen. Und wenn das jetzt wirklich eine legit Frage wäre, hättest du es vorher stellen sollen. Bevor ich an deinen Haaren bin. Weißt du, was ich meine? Ja. Da hat deine Logic nicht so... Funktioniert, Alter. Nicht so... Nee. Das stimmt. Ja gut, jetzt ist aber eh zu spät, ne? Jetzt bin ich ein Blonder. Kriege ich da einen anderen Namen? Bin ich dann überhaupt noch in Kanakese? Darf ich das sagen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Du darfst das, glaube ich. Wir nennen dich danach... Kaleso. Kaleso. Ja. Ich bin Khaleesi, du bist Kaleso. Der italienische Kalesi, oder? Genau. Oh Gott, Leute. Nein. Sehr egal. Oh mein Gott! Ich bin aufgeregt, aber ich bin auch so... Riecht das? Oder ist das... Ist das was für mich? Ich hab's halt nicht getan. Noch nie bisher getan, weißt du? Es ist halt ein erstes Mal für alles, ne? Hör mal. Erstes Mal ist immer aufregend. Ja, man. Erste Male sind geil. Leute, schreibt mir, wann euer erstes Mal ist. Und zwar Haare färben und nicht das andere. Ich bin nicht so pervers. Ich bin nicht so einer. Ich bin nicht so einer. Ja. Hab ich dir das nicht gesagt an unseren ersten Treffen? Doch. Ich hab doch dir ganz klar gesagt, ich bin nicht so einer, oder? Ja. Und ich hab's dir auf jeden Fall geglaubt. Ja? Echt? Dachtest du dir nicht in dem Moment so... Nein, nein. Der ist genau die. Oh ja. Being of a good girl is so boring. Guck mal. Good girls go to heaven, right? But bad girls go everywhere. Oh. All access pass. All access. Ich bin... I'm a bad girl. Wusstest du, dass Mariah Carey, bevor sie Sängerin geworden ist, auch am Beauty School gemacht hat? Also Haare. Das bist du? Das bist du? Was hat der Freund, also ich, gemacht? Tänzer ist der. Diese Seitenhaare ist ja theoretisch ansatz, Leute. Aber bei Jungs mach ich das gerne sofort am Anfang an. Weil, obwohl... Das ist kalt. Das ist kalt. Ja. Obwohl das theoretisch Ansatz ist, aka frisches Haar, was nur ein, zwei Zentimeter länger ist, die Haare stehen ja immer wieder. Und das heißt, die Blondierung verrutscht die ganze Zeit. Deswegen packe ich das immer ganz am Anfang. Genau. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwas anderes an den Haaren mache, dann verschmiere ich das nochmal und dann trägt sich das nochmal auf. Sollen wir deinen Bart auch machen? Genau. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Augenbrauen? Nein, auf gar... Auf gar keinen Fall. Genau. Gleich streicht er Wände hier in der Wohnung. Ich bin Sklave. Der ist ein Kerl aus der Holzgeneration. Der kann streichen, der kann bohren. Hammer. Damals haben die Erdbeeren auf den Bäumen gewachsen. Ach so echt? Aber das klang nicht so kurz. Nee, ich glaub Evolution war nicht so. Ich glaub die Evolution war... Obwohl war mal Erdbeeren sind ja Nüsse. Das sind ja Nüsse. Ja. Vielleicht waren die hier früher wirklich auf Bäumen und dann haben die sich weiter evolviert. Evolved, ja. Und dann sind dann Schrubs geworden. Okay. Started as a top, now am bottom. Ah! All the gays, if you got that reference, let me know in the comments. Ich geh jetzt so ein bisschen durch und zieh das so ein bisschen raus. Ihr wisst, dass ich mag es, wenn Luft in Blondierung ist. Weil, ähm, erstens, du kannst sehen, ob du überall aufgetragen hast. Und zweitens, du möchtest so ein bisschen Luft da reinschmeißen, damit das nicht alles aufpampt. Und Wärme staut sich auf und auf einmal erhitzt das auf 40, 50, 60. Dann bist du auf einmal bei 80 Grad und dann schmelzen die Haare. Hey, komm ich jetzt in so einen Trockner? Hm? Nein, du kommst nicht in einen Trockner. Hey, das ist blond! Das ist blond! Nein, das ist ratchet, das ist noch nicht fertig. Wird ich so aussehen? Hm? Nein, du wirst sehr handsome aussehen. Okay. Weil du schon handsome bist. Oh. Oh. So emotional auf einmal, ne? So emotional. So romantic, oh Mann. Ich hab eben ein sehr sexy Duschhaube gesorgt. Ihr habt, ihr habt. So isoliere ich jetzt die Blondierung. Kannst du mein Ohr noch saven? Dankeschön. Okay, hier sind wir jetzt 15 Minuten später. Wie ihr seht, alles ist schon am Liften. Wir sind schon bei fast ne 6, glaub ich. Wie ihr sehen könnt, 6% ist auch stark. Innerhalb von 15 Minuten ist es jetzt von ne 1, ich geh ne 2 auf ne 5, fast ne 6. Oh mein Gott, schau dir das an! Was? What the fuck? Es ging schnell, oder? Hättest du mir gesagt, dass es so hell wird, hätte ich das niemals geglaubt. Digga, ich bin einfach ein Schwarzkopf, ich bin einfach hell. Digga, schau dir das an! Überall so, you know? What the? Da ist auf Seiten super, Alter. Seid ein Blond-Thingi. Mein Gott. So, wir sind fertig. Bist du zufrieden mit dem Endergebnis? Das ist mega, schaut mal an. Geil, oder? Du siehst ein bisschen aus wie Maluma jetzt. Ich finde, ich hätte es niemals gedacht, dass es so gut wird. Ich bin überrascht. Dankeschön. Thank you. Okay, Leute, wir gucken uns jetzt irgendeine Serie an und dann pennen. Until then, you know you love me xoxo Mikey.